Da sind wir wieder auf der Single Couch 2022 im Galben-Füchs-Fest. Bei mir sitzt der Markus. Servus, grüß dich. Grüß dich. Lieber Markus, du suchst deine Traumfrau. Ja. Wie lange bist du schon Single? Ich habe noch nie eine Freundin gehabt. Okay, dann suchen wir dir jetzt eine. Stell dir doch mal ein bisschen vor, wie alt bist du, wo bist du her und was machst du beruflich? Also ich bin der Markus, kümmerst Niederwinkling, bin 19 Jahre alt. Beruflich, ich bin im Vertrieb tätig bei Einhell in Landau, bin ein wenig heiser von gestern. Das macht nichts. Und da hat eine Freundin suche. Und die meisten, die wo du herkommst. Das machen die meisten, ja. Und was machst du gerne in deiner Freizeit, wenn du nicht im Galben-Füchs-Fest bist? Ich spiele Fußball. Wo spielst du denn? Niederwinkling. Also ich bin jetzt sehr hochgekommen. Aber ich bin in der Landjugend dabei bei uns. Ansonsten, mei. Ich habe mein eigenes Haus. Also ich tue da heim halt viel. Und deine Traumfrau, wie soll das sein? Mei, sie müssen halt nicht viel zu bieten haben. Sie müssen einfach freundlich sein für jemanden da sein. Ich habe jetzt keine großen Ansprüche, nicht. Und hättest du schon eine Idee für das erste Date vielleicht? Eher so gemütlich? Kaffee trinken, essen gehen oder Furt gehen? Ich finde, das können wir auf Person drauf an. Je nachdem, was sie für Person-Typ ist. Je nachdem, entscheidet man, wo man hingeht. Super, das war's schon. Super, danke. Wenn ihr den jungen Mann neben mir kennenlernen wollt, rührt euch bei uns. Servus.